60 Millionen Deutsche sind tot. Die Chance, dass dein Vater einer von ihnen ist, ist signifikant hoch. Das ist kein Leben. Wir müssen nach vorne schauen, die Zivilisation wieder aufbauen, Recht und Ordnung wiederherstellen, eine Gesellschaft, einen Staat, wir, niemand sonst. Was ist hier los? Keine Sorge. Ich bin der Doktor. Du und ich, wir werden versuchen, ein Heilmittel für die Taubengrippe zu entwickeln. Wir wissen nicht, wo Mama ist. Wir müssen sie suchen. Ich will wissen, wann wir abhauen. Feiglinge sterben als erstes. Das ist ein Ausbruch. Warum habt ihr sie nicht gejagt? Warum liegen sie nicht mit abgezogener Haut hier vor meinen Füßen? Wir werden niemals sicher sein. Die schätzen weniger als eine Milliarde Menschen zum Düben durch. Das war der Reboot. Die Zukunft gehört den Haken. Die Volksverräter werden nie wieder an die Macht kommen. Das hier ist eine Leistungsgesellschaft. Das wird uns keinen Fahrersiegen erlauben. Das wird uns keinen Fahrersiegen erlauben.